Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und heute möchte ich mich mit euch einmal über ein sehr, sehr heikles Thema unterhalten, denn ihr habt es vielleicht in den Nachrichten gelesen, der DAX wird auf 3000 Punkte fallen. Stimmt das, stimmt das nicht? Was können wir aus solchen Sachen lernen? All das jetzt im Video. Bis zum nächsten Mal.